So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich untersuche eine Anomalie, die auf der Haifischinsel entdeckt wurde. Wo müssen wir das Ganze machen? Richtig, auf der guten alten Dusharkinsel. So, wir fliegen uns direkt hin, noch 1000 Meter, jetzt noch 900. Und natürlich hättest du ja gerne schon, wenn ich dir schon öfters geholfen habe, oder du mich vielleicht neu entdeckt hast, kannst du auch gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familic, grüße gehen heraus an jeden Einzelnen, der das getan hat, auch an die 34, die ihn momentan drin haben. So, jetzt gehen wir mal zu den Anomalie, denn ich war eben schon mal hier, ich habe es nicht so ganz verstanden, was wir machen müssen. Ich schätze mal, da wird es dem einen oder anderen genauso gehen. So, wir müssen auf jeden Fall hier hin, Achtung. Zack, da sehen wir, einmal da hin, einmal da hin, einmal da hin, und dann in die Mitte. So, was macht diese Anomalie? Richtig, die kniet. So, gucken, was diese Anomalie, an Anomalie, Gott, die ist am Tanzen. So, gerade gucken, was macht die dritte, Baumeister ist wieder da. Die dritte ist am springen. So, die vierte, ja, das war die dritte, oh, warte, die vierte ist wahrscheinlich ganz unten. Ich schaue mal hier runter, zack, weil die Anomalie, die Fee nenne ich sie jetzt einfach mal, die ist ja bis hier runter. Na, 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 irgendwo wird das hier was sein. Ah, noch eine Superkiste. Ach, diese Superkiste ist immer so viel besser als die letzte. Aber, ich suche noch den Raum. Hier ist auch nichts. die aufgabe die kostet mich selber auch noch ein bisschen nerven die ist doch da unten drunter geflogen oder bin ich jetzt blöd also ich hier also ganz eindeutig ist das hier nicht was man machen soll ich euch jetzt einfach wie es ist na drei sachen wirst du uns machen um die bitte machen wir keine dünne oder was ist hier hinten was oh man Aber die haben uns doch dahinten geführt. Das kann ja jetzt hier so schwer sein, oder? Ah, ich sehe es in der Luft. In der Luft. Jetzt haben wir es geschafft. Was für eine schwierige Geburt. Und an alle, die jetzt so lange dabei waren. Ihr habt was zu lachen gehabt. Und in dem Sinne haben wir jetzt auch den Stil bekommen. Und haut rein.